Das heißt, wir haben die Reihe verneiden von uns zu viel, wie der andere hat der Schlange. Da war Sparzi hochgegangen. Über die drei Hälfte, oder? Ach, da haben wir dann schnell. Ja, da haben wir das Grotter. Vorschein! Nur wenn es genug war. Das war's für die zweite. Das war's für den Moment. Rangbett, die wir jetzt machen. Das war's für die nächste Woche. Der, der wir jetzt noch einmal auspacken, Der, der wir jetzt schon auf dem latent.